Hallo, ich bin Dr. Jana Bechthold, Gynäkologin bei Klinika Tambre. Ich möchte Sie herzlich einladen zu einer kostenlosen Kinderwunschberatung am 11. und 12. Juni in München. Diese wird unter allen nötigen Sicherheitsvorkehrungen bezüglich des Coronavirus stattfinden. Wir werden uns in Einzelgesprächen für Sie Zeit nehmen, um Ihre Geschichte kennenzulernen. Die Patientenbetreuerin Babs und ich werden alle Ihre Fragen zu Ihrem Kinderwunsch beantworten. Wir freuen uns auf Sie!